Moin, herzlich willkommen zu einem ersten Dragodia.de News Video. Ja, wir haben jetzt hier einen neuen Spawn so langsam. Er ist im Bau. Hier haben wir zum Beispiel die Antikwelt. Dann haben wir die Endwelt, die Netto-Welt und so weiter in Planetenform. Und wir sind jetzt ganz noch am Anfang, aber wir sehen, der Spawn wird ein bisschen übersichtlicher werden bzw. ein bisschen cooler, zum mal schauen. Hier ist zum Beispiel die Erde, also die Free-Build-Welt. Und ja, ich möchte heute ein bisschen diskutieren über den Server, der ist ja momentan nicht so gut besucht. Klar, die Leute sind jetzt auch wieder eher so am Schule oder an der Arbeit machen. Es wollen jetzt nicht so viele spielen und ich bin ja meistens ja nicht so aktiv am Streamen und die Leute kommen halt meistens nur, wenn ich streame. Es ist zwar ein Community Server von meinem Streamen, aber ihr dürft natürlich gerne auch spielen, wenn ich nicht da bin. Weil ich ja Sportler bin, muss ich ja auch manchmal morgens und mittags Sport machen. Da habe ich jetzt nicht immer Zeit zum Streamen. Aber, jo, ich bedanke mich jeder, der natürlich dem Server hilft. Ich tue ja auch viele auch etwas gönnen, aber leider wird es immer wieder ausgenutzt. Bei mir wurde zum Beispiel ein Grundstück offen gemacht mit den World Guard Flex. Das hat irgendjemand gemacht. Ich vertraue momentan nicht mehr so viele. Leider wird immer wieder irgendwelche Scherze gemacht, mir die Games geklaut oder andere Sachen scherzhaft gemacht. Und das können wir halt nicht so lassen. Wir haben nämlich ein Server, wir haben Teams, wir haben ein Staff und wir haben Supporter und alle, ja, sind momentan nicht so aktiv. Also der Just-Marco mit 3O, der ist momentan wieder aktiv. Der hat ja nicht Minecraft spielen können, weil der Account gebannt wurde. Und jetzt ist er wieder zurück. Der baut viel. Shade-Light. Shade-Light, der baut viel. Und der KZBB hat die Planeten für mich gemacht und so. Der baut auch sehr viel. Dankeschön. Wir haben ja auch ein Aktionshaus noch gebaut und so weiter. Und das ist okay, aber jetzt zum Beispiel ist nur der Adrian HD, glaube ich. Und noch einen weiteren Spieler aktiv. Wir haben einfach zu viele OPs, also Owner. Und haben halt noch nicht die Ränge, Admins und Moderator. Die werden hoffentlich heute oder morgen gemacht. Und dann gibt es einfach die Leute, die wissen, ja, Owner kann nicht halt nur sein. Und dann gibt es noch einen Techniker Owner oder einen Techniker. Ihr werdet dann einfach zu Admins habt, habt ihr die gleichen Rechte und ihr wisst es ja, ihr seid ja eigentlich nur Admins. Und Moderatoren werden dann die Leute, die natürlich auch sehr gut aufpassen können. Bitte bewerbt euch einfach mal. Und dann gibt es sicher noch Support zu unserer Sachen. Also es wird bald die Ränge geben. Aber was das Wichtigste ist, es gibt ja einen zweiten Server bald. Und der wird halt nicht so richtig Freebit sein. Es wird schon mehr Rollenspiel noch, wie die anderen Welten, zum Beispiel Medieval-Welt oder Allwelt oder die Fantasy-Welt. Es wird schon mehr Rollenspiel sein. Aber es wird richtiges Rollenspiel sein. Also dass die Leute eigene Planeten haben und auf den Planeten könnt ihr dann etwas im Animal Crossing oder Sim-Style aufbauen. Dann kommen die Leute, eure Kollegen oder so, wie ihr trifft, in Rollenspiel-Manier zu euch. Und ihr könnt dann auch irgendwie etwas machen. Zum Beispiel ein Clan aufbauen oder zusammen einfach eine Party aufbauen und dann die Story durchmachen oder so. Das dürft ihr dann auf dem zweiten Server. Und der dauert noch ein bisschen und ich darf nicht allzu viel sagen. Aber der zweite Server, der wird fast gleich heißen, also ein bisschen anders, ein bisschen kürzer sein. Und der wird wahrscheinlich bald einfach, da mache ich einfach Videos und Live-Style davon, aber ich lade noch nicht Leute ein. Bitte werdet einfach aktiv auf Dragodia, dann habt ihr es auch verdient mitzumachen. So, hier kommt noch die Farm-Welt hin. Und diese Teile hier sind sozusagen Wolken, die machen wir noch schöner. Ich habe jetzt einfach so ein bisschen angefangen, eine Art Wolkendecke zu bauen, aber es sieht echt nicht gerade so schöner aus. Sieht aus wie eine Pyramide. Ja, wie eine Pyramide. Und ja, hier ist noch ein Planet ohne schwarzes Ding. Ich hoffe, KZBB kommt bald. Weil der macht natürlich die Planeten. Aber zum Beispiel Marco, also Just Marco, nein, kann das auch machen. Ich kann es machen, aber ich weiss den Befehl leider nicht. Und wir machen vielleicht die Planeten eben vielleicht noch manche grösser, manche kleiner. Zum Beispiel hier die Antikwelt, die wird jetzt schon gebaut, von Just Marco. Und ja, der alte Spawn, der ist leider sehr performance. Also ich habe jetzt zum Beispiel Optifine HD. Und da liegt bei mir überhaupt nichts. Aber bei Leuten, die kein Optifine hat, liegt der Spawn leider sehr wegen den Schädeln. Sie leuchten und sie sind farbig und wegen den NPCs. Also wir sollten nicht so viele NPCs direkt am Spawn haben. Zum Beispiel nur ich auf dem Planeten Erde. Also Freebuild-Welt. Und dann irgendwie jemand anderes bei der Farmwelt und nicht allzu übertreiben. Vor allem nicht am Spawn. Das ist der wichtigste Teil. Und wenn ihr halt in der Erde das Bug noch oder wenn ihr auf den Server kommt, dann sagt einfach Bescheid im DC-Server oder bei mir auf YouTube oder auf dracobasler.gmail.com. Die sollte eigentlich unten in der Videobeschreibung auch stehen. Und ja, diesen alten Spawn werden wir wahrscheinlich dann wieder abreißen. Also sieht halt auch nicht so schön aus. Vor allem die Sternenkarte ist halt nur ganz kurz gebaut. So. Ja, also. Eben. Ich wünsche mir für den Server einfach ein paar Leute, die ein bisschen erwachsener sind. Nicht gerade alle so mega kindeln. Ich weiss, das Spiel ist eher für Kinder. Klar. Aber wir wollen einen erwachsenen Rundspiel-Server haben. Und wenn das nicht klar geht, müssen wir einfach ein bisschen mehr durchgreifen, wenn Leute wirklich kindeln oder trollen. Also trollen geht schon auf diesem Server. Aber bitte nicht so brutal, wie zum Beispiel mir Edelsteine klauen oder irgendwelche Farmen machen, die den Server überlasten. Also trollen dürft ihr. Ihr dürft auch, ja, die Rechte eines Grundstückskorts haben zum Trollen. Sagt es mir einfach Bescheid. Aber bitte nicht so kindeln und vor allem nicht so negativ auf Rundspiel zeigen. Weil das ist ein Rollenspiel-Server, ein Free-Build-Rollenspiel-Server mit verschiedenen Gebieten. Also hier vorne haben wir ja die Karte. Da gibt es verschiedene Gebiete. Da könnt ihr themenbewusst bauen und themenbewusst irgendwie Clans gründen oder Reiche gründen und so Sachen. Da gibt es viele Sachen. Aber eben bitte nicht irgendwie, ja anfangen wirklich andere Leute zu plagen oder zu vertreiben mit euer kindhaften Bosheit. Sag ich mal. Weil, ja, ich bin eben einer, der unterstützt andere Server. Ich mache Server-Aufstellungen. Seid nicht so negativ und, ja, tut sie nicht vertreiben, weil wir brauchen die Leute. Und, ja, wir brauchen einfach Spieler. Und ihr dürft gerne ein bisschen Werbung machen darüber. Dankeschön, liebes Plugin. Und wir haben ja so coole. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier meine Bar, die im Bau ist. Wir haben die Regenbogenbrücke. Wir haben zum Beispiel hier der X-Extreme. Hier war Orichon Ariochen 78. Hier ist zum Beispiel der, ähm, ob ich den Namen nicht mehr gerade weiß. Das ist, ähm, das ist RG Info. Ah, der Boaderland. Und hier habe ich zum Beispiel mein Grundstück hier. Und es wurde eigentlich schon, ja, es wurde eigentlich so viel gebaut, aber wenn man merkt, 1.18 ist halt nicht so beliebt. Ich weiß nicht, der neue Server wird wahrscheinlich auf 1.17.1 gehen. Ich bin mir noch nicht so sicher, aber ja, ähm, der wird wahrscheinlich eine Version früher sein. Aber 1.18 ist wirklich kacke. Die Leute spielen gar nicht auf 1.18 auf Servern. Oder nur wenige. Server sind schon 1.18 wirklich. So, und hier ist ja der Felix Dess am Bauen mit seinen zwei Kumpels. Jo, die ist eben noch nicht gebaut. Zum Beispiel die Allwelt. Da habe ich ja mein Ocelot-Raumschiff geplant. Ist leider, ähm, ja. Ja. Ist leider noch nicht im Bau. Da hat sich jemand auch eingebaut, um geschützt zu bleiben. Also hier ist zum Beispiel ein Ocelot-Raumschiff von mir noch geplant. Aber ich komme halt in der Leistung Sessions von zwei Stunden pro Tag oder weniger nicht gerade so weit. Also Minecraft ist auch ein langes Spiel. Und ich denke auch, dass wir, also wir, also wir, wir werden mal draugodia.de auf 1.18 lassen. Das ist klar. Was hat, er hat das gebaut hier? Da hat jemand irgendwie etwas zum Explodieren gebracht. Ähm, ja. Ist natürlich jetzt nicht so, äh, wie möglich zu bauen. Genau, wir haben noch die Farm 2 Spawn neu. Ist eben da der Planet Erde. Und, jo. Der Server kostet sehr viel. Ich habe einen Root-Server und da möchte ich natürlich schon gerne mehr spielen. Wir haben aktive Spiele. Also eben, wenn es euch ein bisschen langweilig auf 1.18 zu spielen, macht einfach Rollenspiel. Und wenn ihr Performance-Probleme habt, holt euch einfach Optifine HD oder Iris und dann habt ihr keine Legs mehr. Also ich finde, irgendwie ist das meiste, was unserem Server schadet, halt, dass ihr Legs habt. Und eigentlich solltet ihr überhaupt keine Legs haben, auch keine Server-Probleme haben. Das können wir ja gerne alles fixen, gell, kommt auf unseren Discord-Server. Und, jo. Ich glaube, ich habe jetzt langsam alles gezeigt. Und, ähm, ja. Ich werde einfach heute wieder weiter Livestreamen, mal ein bisschen Länge Livestreams machen von Minecraft. Travodia.de. Und wenn ihr irgendwelche Verbesserungswünsche oder so habt, dürft ihr gerne auf dem Discord die bringen oder über die E-Mail, die unten in den Kommentaren steht. Und dort ist auch der Link zum Discord-Server, gell. Also ich wünsche euch viel Spaß und, ja, damit auch der zweite Server wird natürlich mega cool und wird euch motivieren. So lange bleibt wahrscheinlich dragodiat.de gar nicht so beliebt. Aber ich freue mich. Also, weißt du, ich hab halt viel vor und ich kann halt alles nicht umsetzen, wenn ihr nicht kommt auf den Server. Aber gut, ähm, wenn ihr keinen Bock auf Minecraft habt, ich zwinge euch nicht auf den Server zu kommen. Ich sag's nur, es wird euch lohnen. Es wird euch natürlich auch Gutes tun, wenn ihr auf dem Server aktiv seid. Und sonst wünsche ich euch natürlich gerne viel Spass mit anderen Dingen als unserem Server. Ja, also. Dankeschön übrigens noch für alle Supporter, also vor allem die Owner und die Leute, die halt auch die Adventure Map bauen. Ähm, und wünsche euch wirklich viel Spass. Weiterhin und bis zum nächsten Video oder Laisen. Tschüss.